Hallo und willkommen zum nächsten Let's Play von Pinball Arcade. Diesmal sind wir auf dem Tisch Monster Bash aus dem Jahre 1998. Ganz schön spät, wenn Pinball Tisch, das war auch nicht einer der letzten, aber ein ziemlich später, wie man sieht, und auch ein ziemlich fortschrittlicher Tisch. Auf diesem Tisch muss man eine Band zusammenstellen aus allen bekannten Monstern. Ähm, Dracula, also alles, was so aus den, ähm, sag ich mal 60ern, ähm, 50ern, 60ern als bekannte Monster gab, so, äh, Creature from the Lagoon und Frankenstein, das Monster und seine Braut und alle möglichen Charaktere, Wolfman und jeder spielt halt ein Instrument. Ähm, und, ja, die muss man halt zusammentrommeln und am Schluss hat man dann die Band zusammen. So, dann gucken wir uns jetzt mal den Tisch an, würde ich sagen. Oh, hallo, Count Dracula! Oh, so, gucken wir mal ganz kurz, dass wir vielleicht auch in einer schönen Sicht sind und nicht... Ah, so, die ist doch schon mal besser. Und direkt der Ball draußen, oder was? Ach, nee, saved. Okay, super, 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 das wär's jetzt auch gewesen. Okay, also wir brauchen noch für die Mumie... Ah, um die auszugraben, oben, wie ihr seht, brauchen wir die Hits. Nach wo leisen wir die jetzt? Ins Krematorium. Uuuuh! Und was machen wir da? Ah, der erste Teil von Frankenstein schon gesammelt. So, oh, ein Bein haben wir schon gefunden. Juhu! Und, ähm, äh, was ist jetzt? So, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, 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 so langsam finden wir ihn... Wow! Nein, nein! Verdammt! Okay, weiter versuchen, weiter versuchen, weiter versuchen! Oh, 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 oder wir kommen dem Grab ziemlich nah. Noch 19 Mal müssen wir graben. Oh, also er gräbt natürlich nur die feinsten Teile aus, ja. Ist ja klar, natürlich, ich meine, wir wollen ja keinen Frankenstein haben. Oh, secrecy creature from the Laguna! Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, noch zweimal da hinten reintreffen. Und dann hütten wir die creature. Mal gucken, ob wir das jetzt hinbekommen. Ich versuch's mal. Nein! Okay, die Reise da oben geht weiter. Ah! Graf Dracula! Da ist der Dröckattack! Wir müssen ihn jetzt fünf Mal treffen, um ihn zu rekrutieren. Ach, nee, komm, jetzt nicht rausgehen, feldet man noch mal! Das ist doch... Oh, Mann! Ah, ich bin... Okay, probieren wir's nochmal aus. Wir kriegen jetzt Dröck oder irgendjemanden, kriegen wir jetzt raus. Vielleicht die Mumie als Nächsten, mal gucken. Ähm, so. Oh. Was ist da hinten? Äh. Moment, das hört sich doch... Das hört sich doch nach Graben an da hinten. Oh, noch zwei! Das gibt's doch gar nicht. Aber ihr seht hier, auf diesen Tischen gibt's schon richtig was zu tun. Im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel Goga. Oh mein Gott! Ah! So, und jetzt müssen wir... Oh, oh, mit dem Multiball. Den da vorne. Und die Mumie haben wir auch noch gefunden. Alter Schwede, jetzt geht's aber los hier. So, okay, komm, ich will eigentlich den Frankenstein da oben mal treffen. Ja, ja, noch. Wie viele Jackpots denn noch? Jackpotze! Wow, 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 wow. Aha! Einmal getroffen, jawohl. Oh, ein Ball schon verloren, super. Okay, wir haben noch zwei Bälle, das ist immer noch super. So. Ja, den lieben Doktor. Ja, nicht den Doktor, sondern sein Monster. Okay. Okay, 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 jetzt müssen wir ruhig bleiben, dass wir da jetzt auch... Oh, nein, 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 nein. Weil ich seh das schon wieder. Ich werd immer so nervös bei solchen Stellen, dass ich es dann am Schluss nicht... Moment, wo ist er denn? Ah! Ja, bitte! So, wir müssen ihn jetzt noch treffen. Genau. Okay, 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 okay. Wow, 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 wow. Okay. Okay, 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 ich kenne jetzt so... Also jetzt haben wir... Wen haben wir denn jetzt schon für die Band? Ah, wir sehen, in der Mitte leuchtet er auf, der Kopf von... ... äh, Frankensteins Monster. Er ist zumindest schon mal... Ah, Mitglied der Band. Verdammt nochmal. Äh, 20 Millionen Punkte. Natürlich die Zerialien eingeben, wie immer. Äh, frische Zerialien. So, dann machen wir das doch gerade mal. Aber wir spielen nochmal eine zweite Runde. Das machen wir jetzt noch. Komm, und diesmal ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen. Konzentrierter vielleicht. Yeah, komm, mach eine 40 und ich kriege ein Multispiel, was mir nichts bringt. Geil. So, okay, okay, okay. Ja, so, noch eine kleine Runde, würde ich sagen. Oh, die Monster ist zurück. Äh. Okay. Soviel zu dem Thema. So, vielleicht kriegen wir ja nochmal was Schönes hin. Oh nein, der Mond ist sehr schade heute. Nee. Oh, da oben kriegen wir schon den Wolfman mit dem Halbmond. Äh, wir müssen also warten. Three-Quarter-Moon schon. Oh mein Gott. Bald kommen da nur noch elf Hits da oben. Ich glaube, wenn ich noch ein paar so Runden schieße. Und da ist so fahrn. Ich hoffe, das Monster ist so schnell wie du, Doktor. So, okay. Wow, der Vollmond! A Wolfman! Wo ist er denn? Wo ist der Wolfman? Verdammt nochmal! Wo ist er denn? Ach, da hinten. Okay. So, ja, 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 ja. Okay, okay. Bing, 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 bing. No, I will not be your date for the concert. Oh, nee. Der Wald ist jetzt nicht raus, oder? Oh, Mann. Ich... So. Oh, wir haben die Mumie, oder? Oh, den Wolfman haben wir schon in unserer Band. Der leuchtet ja. Ich sehe ihn gerade. Ich dachte, wir hätten den nicht. Ich hätte falsch ge... Och, komm. Das ist doch... Das ist doch Blödsinn jetzt. Wir haben den Wolfman und wir haben keinen anderen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Der Wolfman, der Wolfman, wo ist er? Der Wolfman ist mein Freund. Der Wolfman, ich hab dich lieb. So. Ach, doch. Oh, Mann. Ja, es soll wahrscheinlich nicht sein. Es soll nicht sein. Aber ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Tisch bekommen. Der ist ziemlich geil. Den würde ich definitiv nehmen, wenn ich könnte. Aber, ähm, weil der ist wirklich... Da kann man eine richtige Story und... Ah, das ist richtig geil. Ihr habt's gesehen. Der Tisch ist wirklich super. Also, wenn ihn jemand hat und mir unbedingt checken möchte, immer her damit. Ähm, ja. Wenn's euch gefallen hat, äh, nächster Pinball kommt demnächst. Und, äh, wir sehen uns dann, ja. Und abonnieren und so, ne. Das alles natürlich nicht vergessen. Ihr wisst, wie's läuft. Und, äh, ja. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.